Veganismus ist ein ethisch motivierter, völliger Verzicht auf tierische Produkte. Das Wort ethisch allein für sich betrachtet bedeutet vom sittlichen Verhalten bestimmt. Es bedeutet also frei übersetzt, weil ich mich dazu entschließe, dass mein Verhalten den guten Sitten entspricht, verzichte ich auf tierische Produkte. Es ist also der freie Wille des Einzelnen, welcher aus der Erkenntnis geboren ist und nicht aus dem heraus, weil er durch äußere Einflüsse dazu gezwungen wird. Vegan ist zu einer Marke geworden, mit der sich scheinbar Wirtschaft und Politik versucht, durch ihre vergangenen Entscheidungen zu läutern. Es gab schon Versuche, das Tierwohl und damit die Haltungsbedingungen zu verbessern. Aber stattdessen entschied man sich, eine lange Zeitspanne zu erschaffen, in der die Wirtschaft zum einen die Möglichkeit hat, sich massiv durch billige Angebote die Geldsäcke voll zu machen. Und nun, in der aktuellen Situation, verteuert man die Kosten für den Verbraucher mit der Aussage, Verbesserung ohne Preisanpassung. Wird es nicht geben. Gespickt wird das Thema Fleischkonsum mit radikalen Methoden, um seine Sache gehört zu verschaffen. Versteht mich nicht falsch, es ist okay laut zu werden, um Aufmerksamkeit für seine Sache zu generieren. Es ist ein bewährtes Mittel und wird in der Vergangenheit schon oft verwendet. Nur das, wie man es umsetzt, das ist das Eigentliche daran. Eine Gruppe von Menschen zu beleidigen, weil sie anders leben, bzw. sich anders ernähren, finde ich persönlich feige und frech und hat nichts mit zittligen Verhalten wegen seiner eigenen Wertvorstellung zu tun. Es generiert zwar Fuse, aber man setzt seiner eigenen Gruppe eine Situation aus, die auf Dauer in Hass und Konflikt enden wird. Aufklärung und Umdenken wird immer positiv gesehen, wenn man seinem Gegenüber in eine Diskussion geht, ohne ihn zu bedrängen. Natürlich ist es auch ein bewährtes Mittel im Markt durch gewollte Preisanstieg zu regulieren. Den einzigen, dem dadurch geholfen wird, ist der Wirtschaft. Durch steigende Produktionskosten aufgrund von Reformen und Steuerabgaben werden zunehmend Produkte aus nicht betroffenen Regionen importiert oder durch Schlupflöcher oder abstruse Firmenzusammenschlüsse Kosten und Steuern minimiert. Personalkosten fallen großteils weg, weil man braucht ja nur einen Bruchteil der Kostenverursache. Der Nachfrage des Kunden wird nachgegeben und zusätzlich steigt der Gewinn, weil der Verkaufspreis in die aktuelle Situation angepasst wird und den Kunden ein Rabatt suggeriert wird und sein Produkt zu vertreiben. Radikaler Veganismus und politische Entscheidung sind das, was dem Ganzen massiv im Wege steht. Keiner möchte sich vorschreiben lassen, wie er zu leben hat, zumal es irgendwo niedergeschrieben steht, dass man frei entscheiden darf. Der bewusste Umgang mit den Ressourcen, die man nutzt, muss durch nachhaltige Aufklärung erfolgen und darf nicht durch Politik oder Wirtschaft gesteuert sein. Und auf keinen Fall durch fragwürdigstes Auftreten in der Bevölkerung, was der massiven Manipulation der eigenen Gedanken gleicht. Simone Signore sagt einmal, ein guter Rad ist wie Schnee. Je sanfter er fällt, umso länger bleibt er liegen, umso tiefer dringt er ein. Also sollte ich mich bei meinem lautstärken Auftreten fragen, was möchte ich erreichen? Kurzfristiges Aufblitzen, was zu Hass und Konflikt führen kann? Oder möchte ich Beständigkeit mit dem Wissen, dass das, was ich tat, in die Zukunft nachwirkt?